Ortstermin des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder beim Taurus-Hersteller MBDA Deutschland in Schrobenhausen. Der CSU-Vorsitzende plädierte dort erneut für eine Lieferung der Marschflugkörper an die Ukraine. Das sei eine moralische Frage und liege zudem im Interesse Deutschlands. Bundeskanzler Olaf Scholz, der solche Lieferungen ablehnt, solle seinen Widerstand aufgeben. Der Bundestag solle entscheiden. Deswegen sollte es noch einmal eine Abstimmung im Deutschen Bundestag geben. Eine einfache Frage, so wie es Herr Kubicki formuliert hat, soll Deutschland Taurus liefern, ja oder nein? Ich glaube, es gibt eine ganz große Zustimmung dazu. Es ist auch notwendig, denn ohne diese Waffe gibt es keine Verschnaufpause, gibt es möglicherweise, bis die Munitionslieferungen kommen, keine Chance für die Ukraine, sich gegen den Ansturm zu erwehren. Und deswegen sind wir nicht Kriegspartei damit, sondern ganz im Gegenteil. Wir liefern seit längerer Zeit Waffen in großem Ausmaß. Wir sind nach den Vereinigten Staaten von Amerika der zweitgrößte Waffenlieferant. Deswegen kann man nicht argumentieren, wir würden damit Kriegspartei. Zumal zum Beispiel in Südkorea wird Taurus eingesetzt ohne Bundeswehrsoldaten. Das Unternehmen bekundete, aus technischer Sicht sehe es keine Probleme für eine Taurus-Lieferung gen Kiew. Wir können Nutzernationen von Taurus und hier auch natürlich die Ukraine vollständig im technischen Umfang mit dem System schulen, sodass unser Kunde, in dem Fall dann auch die Ukraine, alleinstehend technisch in der Lage ist, den Taurus zu betreiben und zu bedienen. Aber ebenso gilt diese Länderabgabe, auch die Rahmenbedingungen dieser Länderabgabe ist am Ende eine politische Entscheidung. Der Marschflugkörper hat laut Hersteller eine äußerst hohe Durchschlagskraft und kann aufgrund mehrfacher Navigationssysteme Ziele besonders genau treffen. Die Waffe wird von Flugzeugen gestartet und hat den Angaben zufolge eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern. Der Kanzler hatte in den vergangenen Tagen mehrfach betont, dass man damit auch Moskau erreichen könne. Dies ist für ihn eines der Argumente gegen eine Taurus-Lieferung an die Ukraine. Die gelieferten Marschflugkörper der europäischen Partner fliegen nur rund halb so weit.